Hallo Leute und willkommen zurück bei Emelies Hochzeitsreise. Wir sind in Episode 10 und alleine mit Emily im Kinderclub. Ich bin gespannt, wie das jetzt hier so laufen wird. Sie hat sich ja mittlerweile damit angefreundet, mehr oder weniger. Sie weint schon so, seit die Kreuzfahrt begonnen hat. Wir brauchen nur ein klein wenig Schlaf. Sie ist in guten Händen. Aber ich habe noch nie auf ein Baby aufgepasst. Ei, 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 neues Produkt. Okay, da oben haben wir eine Puppe extra. Alles klar. Wir haben jetzt... Oh, wie süß! Wir haben jetzt also hier ein Baby. Müssen wir erwärmen, ne? Ach, wie niedlich. Ja, Moment, ich packe schon mal den Brownie da rein. Ich bringe das mal eben weg. Ich mache das hier relativ gelassen, zumindest versuche ich es. Dann nehmen wir den hier zweimal mit, nehmen den einmal, bringen das da hin, bringen das hier hin. Ach, süß! Das finde ich ja toll. Ich kassiere auch mal direkt. Das ist ja mal richtig putzig. Ja, und da wird ihre Liebe zu Babys bestimmt so richtig entfachen. Das fände ich toll. Ich weiß jetzt nicht, wollen wir... Wollen wir hier schon kassieren? Ich muss erst mal ein Eis machen. Ich muss auch erst mal wieder ein bisschen reinkommen. Ich habe wieder ein paar Tage nicht gespielt. Das liegt immer daran. Ja, ich glaube, ich kassiere mal eben hier. Das liegt immer daran, weil ich relativ viel am Stück aufnehme, weil es halt so mega viel Spaß macht. Und dann habe ich meist so... Uh, der ist ja kall. Mal ist so drei, vier Folgen auf Vorrat. Und dann muss ich echt erst mal, ja, wieder reinkommen. So, also Moment. Wir sind hier, wir sind hier, wir sind hier. Dann sind wir hier. Deshalb verzeiht mir, wenn ich gerade ein kleines bisschen langsam bin. So zweimal Milch. Und dann kassieren wir auch hier direkt. So, dann haben wir den mit Streuseln. Ja, ich bin echt ein bisschen lahm. Ach, das hatten wir schon. Was fehlt uns denn noch? Ach, das Eis. Ja, echt, ey. Heute wieder gut dabei. So, dann nehmen wir das hier. Und da geht es dann direkt weiter. Möchte das Baby gerade irgendwas? Hier, du kriegst das noch. Habe ich ganz vergessen. So, dann haben wir einmal und dann haben wir zweimal. Bitteschön. Oh, das ist süß. Sie möchte wieder das trinken. Ich muss jetzt aber hier definitiv kassieren. So, dann machen wir das hier. Holen schnell den Fußball. Und dann haue ich mir mal eben so einen hier rein. In der Hoffnung, dass ich ein bisschen schneller bin. So, du bekommst das. Ihr geht hier hin. Ich gehe kassieren. Hier, ihr geht da hin. Da vorne wird aufgeräumt. Okay, okay. Wie viele Punkte brauchen wir denn? 2000. Okay, dann versuche ich jetzt ein bisschen, mich zu beeilen. Dann haben wir nochmal die Milch. Dann haben wir das hier einmal. Dann haben wir das hier einmal. Dann nehme ich direkt... Oh, die sind schon so wütend. Die sind schon so wütend. Ich hoffe, ich kann euch noch ein bisschen happy machen. Früher oder später. So, komm schon. Beile dich. So, dann haben wir nämlich hier noch eine Kombo. Ach Mist, hätte ich noch kurz warten sollen. Ne, ich kassiere jetzt aber schon mal den hier. Damit wir unser goldenes Herz so schnell wie möglich bekommen. So, Milch und Auto. Bitte schön. Und dann könnte ich warten. Genau. Dann kassieren wir die beiden zusammen. Ihr zwei setzt euch nochmal bitte da hin. So, einmal das Krokodil und der Matrose. Und dann bekommt ihr den Saft und den Fußball. Bitte schön. Und dann bekommst du das Auto und den Saft. Bitte schön. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch warten können, ob die hier gleich fertig sind. Kurzen Moment mal eben abwarten. Aha, ihr seid soweit. Okay, dann bekommt ihr das und das. Und dann kassieren wir ganz schnell so vier Herzen. Ja, die goldenen Herzen bekommt man ja früher oder später. Ich warte jetzt hier noch. Das ist ja kein Ding. Das bekommen wir ja früher oder später. Trotzdem möchte ich natürlich, dass es den beiden so gut wie es eben nur geht geht. So, und dann bekommst du das Blaue und die Streusel obendrauf. Bitte schön. So, dann haben wir einmal Milch. Dann haben wir einmal den roten Stift. Eins, zwei, drei. Und das hier. Ihr setzt euch nochmal bitte hier hin. Oh, wie süß die Milch. Ihr merkt schon, ich mag Babys. Ich mag Babys. Ich mag generell Kinder, aber ich mag auch Babys. Ich hau mir mal eben kurz einen Lutscher rein. So, das ist dann für dich. Bitte schön. Ihr seid immer noch nicht so weit, ne? Setzt ihr euch nochmal da hin. So, 1165. Ja, das sollten wir schaffen, wenn wir jetzt schon über die Hälfte haben und ich mich nicht mehr... ganz blöde anstelle. Das war komplett falsch, was ich hier gemacht habe. Macht aber nichts. So, da wird aufgeräumt. Hier kassieren wir. Pack ich das mal eben weg. Sonst bin ich so verwirrt. So, was möchtest du? Entscheide dich. Du möchtest zweimal die Milch. Jawohl. Hier wird aufgeräumt. So, zusammen kassieren. Haben wir jetzt das goldene... Ja, wir haben das goldene Herz. Ach, schön. So, wer kommt als nächstes? Eins, zwei, drei. Dann machen wir das so. Dann haben wir den blauen Stift. Und dann bekommst du einen Brownie. Und dann bist du wahrscheinlich auch gleich fertig. So, dann das hier. Zweimal Milch. Bitteschön. Jetzt habe ich den ein bisschen lang warten lassen, ne? Aber wie ihr seht, versuche ich jetzt auch mehr Kombos innerhalb des Spiels zu machen. Und nicht nur beim Abkassieren. Muss ich mal gucken, ob ich da noch so ein bisschen den richtigen Dreh rausbekomme, wie es am besten läuft. Auf jeden Fall ist das jetzt... Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Ach, süß. Ist das jetzt so ein bisschen mein Vorhaben? Oh, Windel. Was ist mit der Windel? Die muss ich dir wahrscheinlich einfach nur bringen, ne? Jo. Alles klar. So, dann das hier. Oh, sie ist schon total büten. Das tut mir leid. Damit sauber gemacht. Alles klar. Hier nochmal kassieren. Okay. Wie viel haben wir? 1621. Okay. Zweimal den Würfel. Bitteschön. Da wird aufgeräumt. Hier kassieren wir. So, jetzt könnte ich eigentlich rein theoretisch gleich nochmal den Lutscher nehmen, oder? Wenn es hier ein bisschen stressiger wird. So, dann hole ich schon mal die Milch in der Zwischenzeit. Und dann ist auch der Brownie fertig mit Herz. Wird schön. Da muss ich aber jetzt schon kassieren. Da kann ich nicht mehr warten. Ihr bekommt das hier. Brauche ich den Lutscher gar nicht, oder? Obwohl. Ja doch, ich kann ihn ja mal nehmen. Ich meine, wenn er schon mal da ist, warum nicht, ne? So, dann hole ich das hier, das hier, das hier. So, dann haben wir nämlich da wieder eigentlich eine schöne Kombo. Baby 40. Keine Kombo? Hat das keine Kombo gebracht? Naja, schade. Das hier auf jeden Fall. Oh, wir haben 1961. Aber gut, das sollten wir durch ihn. Und die hier auf jeden Fall noch bekommen. Das ist dann hoffentlich nicht so das Problem. So, einmal der Fußball für dich. Und das hier mit Streuseln. Bitte sehr. Ach, es kommen ja sogar noch welche. Ach, okay, gut. Dann kassieren wir hier schon mal. Eins, zwei. Habe ich zweimal geklickt? Habe ich zweimal? Nochmal? Genau. So. Sehr schön. Expertenziel. Wird vermutlich nichts. Eins, zwei. Dann das hier. Dann den Bären. Dann das hier. Dann das hier. Bitte sehr. Geschlossen. So, dann haben wir einmal das Eis und den Panda. Und die Milch. Und das hier. Das machen wir jetzt hoffentlich hier alles einigermaßen gut zusammen. So, bitte schön, bitte schön. Und kassieren. Oh. Oh, damit hätte ich nicht gerechnet. Cool. Freut mich. Ach, schön. So, das war's. Ach, toll. Immer noch kein Netz. Haben die dich auch zurückgelassen? Ja, oder? Machen wir das Beste daraus. Mama. Oh, sie wird schon rot. Ich bin nicht deine Mama, meine Kleine, obwohl du sehr süß bist. Ach, ich wusste es. Ich wusste es. Dass die Arbeit hier sie jetzt doch noch dazu bringen kann, dass sie Kinder mag. Wie schön. Nein. So, 400. Wir können nichts kaufen. Schade. Dabei würde ich so gerne diese Kugelfischmatte haben. Schade, schade. Müssen wir noch ein bisschen sparen. Psst. Schlaf weiter, Emily. Kitzelschlacht. Gleich hab ich dich. Ach, toll. Jaden kitzeln. Ganze sieben Mal müssen wir das machen. Jaden, ich komme. Ich komme zu dir, mein Lieber. So, jetzt müssen wir auf Jaden achten. Vermutlich auch aufs Baby. Natürlich. Und noch auf den Rest, der hier so stattfindet. Okay, okay. So, da oben ist er jetzt. Kann ich aber gerade nicht hin. Dann warten wir erstmal ein bisschen, bis das hier fertig ist. Ich kassier aber direkt. Hätte ich mal noch, hätte ich mal noch gewartet. So, hier wird aufgeräumt. Dann müssen wir hier aber abkassieren. Einmal Grün, zweimal Blau, einmal Saft. Und einmal Brownie. Jetzt ist er da oben. Schaffen wir es in der Zwischenzeit? Oh nein, jetzt möchtest du doch noch den Schnuller. Ja, bekommst du, bekommst du. Ich hoffe, der Brownie verbrennt jetzt nicht. Ich habe auch eine Maus gehört, aber die sehe ich gerade nicht. Ah ja, ja. Ihr müsst jetzt ganz schön lange warten, ne? So, dann setze ich euch erstmal wieder dahin. Ich schnappe mir das hier mal. Jaden, ich komme zu dir. Ich komme zu dir, mein Lieber. So, dann haben wir einmal den roten Stift und den Panda. Bitte sehr. Wo ist denn die Emily-Puppe? Ach, da. Wie süß. Wie süß. Ich warte nochmal ein bisschen. Ich habe eine Maus gehört. Ah, da unten. So, kommt hier jetzt noch jemand? Oh, sehr schön. Da, sauber. Ja, kassieren bitte, Emily. Ach, sie muss jetzt. Ach, Gottchen. Sie muss auch jetzt. Check ich das erstmal. Sie muss auch währenddessen noch sauber machen. Weil der Jaden macht das nicht. Okay, dann muss ich jetzt ein bisschen Gas geben. Und das Ganze hier so gut wie möglich irgendwie gut timen. Das wäre ganz super. So, du bekommst den Brownie. Dann den Fußball. Ach, wir haben ihn ja gleich schon. Wir haben ihn ja gleich schon. Eins, zwei. Dann schnappen wir uns den mit Blau und Herz. Dann machen wir nochmal einen rein. Bitte schön. Jetzt muss ich gerade ein bisschen gucken. Da ist der Nächste. Das war jetzt, das war glaube ich nicht ganz so klug. Ich kassiere schon mal. Sonst komme ich hier gerade mega durcheinander. So, dann packe ich den hier rein. So, wir haben ihn gekitzelt. Gib mal ein bisschen Gas, Emily. Gib mal bitte ein kleines bisschen Gas. Und komm schon. Zack, zack, zack. Zack. Zack, kassieren, aufräumen, aufräumen. Dann das hier und das hier. Äh, Emily, läufst du bitte? Okay, das ist schön, dass du auch tatsächlich läufst. Für Punkte brauchen wir mal eben gucken. 2200. Uh, das könnte, das könnte wieder ein bisschen schwierig werden. Räumt der Jaden denn jetzt für uns auf? Ich konnte jetzt gerade nicht darauf achten, ob er es gemacht hat. Aber er ist gar nicht mehr hier, ne? Er ist gar nicht mehr hier. Ich sehe ihn hier gar nicht. Wollen wir schon kassieren? Ne. Schnappt ihr mal bitte die Milch. So, dann machen wir hier einen Brownie. Ach, einen Muffin. Einen Cupcake. Emily, machst du das auch bitte? Wäre total super. So, dann holen wir den Panda in der Zwischenzeit. Wow, jetzt habe ich sogar zwei gemacht. Ist egal. Hier ist ein bisschen was los, ne? Hau dir den mal rein. Dann die Emily-Puppe und den Saft. So, das goldene Herz haben wir aber. Das ist super. Okay. Okay, okay. So, 1200 und noch die Hälfte der Zeit. Alles klar. Dann bekommst du das hier. Auto, dumm, Panda, nein, Panda. Bitte schön. Da können wir jetzt ein Auto direkt wieder entfernen. Sehr schön. So, Windel, Schnuller und Flasche. Alles klar. Okay, das ist ein liebes Baby. Das will gar nicht so viel. Eins, zwei, dumm. Eins, zwei, drei, dumm. Das war doof. Ich hätte zuerst das Eis machen sollen. Aber gut. Kriegen wir trotzdem noch hin. So, bitte schön. Dann Fußball, Würfel, blauer Stift. Bitte sehr. Ja, aufräumen. Und dann lasse ich dich da mal einen Moment stehen, bis er sich entschieden hat. Na, komm schon, entscheide dich. Entscheide dich. Bitte, bitte, bitte entscheide dich jetzt. Ausgerechnet ein Eis möchtest du. Eine ausgerechnet ein Eis. Das, was wieder so lange dauert. Sie hat schon ihr Herz verloren. Schade. So, dann wird hier aufgeräumt. Wenn sie sich jetzt noch entscheidet, da unten. Milch und Würfel, bitteschön. Dann haben wir da jetzt eine Dreier-Kombo-Suki. Hier wird aufgeräumt. So, 1584. Alles klar. Sollte machbar sein. So, Matrose und Pirat. Bitteschön. Windel, bitteschön. Ich fände es voll putzig. Ach, süß. So, das Muschel-Eis und den Panda für dich. Und dann gucken wir mal. Müssten die da oben nicht jetzt bald fertig sein? Ich weiß nicht. Soll ich schon kassieren? Ich warte noch mal einen Moment. Ich warte noch mal einen Moment. Vielleicht hat er sich bis dahin auch entschieden. Und dann haben wir eine Dreier-Kombo. Emelies Puppe. Das war unlogisch. Ich muss das so rummachen. Geh mal in der Zwischenzeit da oben aufräumen. Ich muss das echt so rummachen, dass wir erst die Sachen machen, die ein bisschen länger brauchen. Aber manchmal ist es gar nicht so leicht, darauf zu achten. So, 1700. Oh, da geht es direkt schon weiter. Auto, Fußball, bitteschön. Wie viel haben wir 1789? Ja. Okay. Das ist doch machbar. Wir haben keinen Lutscher mehr. Schade. So, ihr möchtet das Monster, das Seeungeheuer und die Meerjungfrau. Bitteschön. Komplette Bestellung. Plus fünf. Gut, gut. So, Milch und Würfel. Dann hier erstmal aufräumen. Genau, der kann da unten noch ein bisschen warten. Oh, Dreier kommt. Nein, schade. Oh, nicht mehr geschafft. Mist. Mist. Ich dachte, dass das eventuell noch passt. So, einmal der rote Stift, die Milch, das Auto und eins, zwei, drei, bitteschön. Und dann haben wir den Schnuller für dich. Und du da unten bekommst den Cupcake, das Auto. Und dann das hier mit Streuseln, bitteschön. So, ich warte noch eben, denn die müssten doch eigentlich gleich fertig sein, oder? Seid ihr jetzt mal fertig, oder? Aber du, du möchtest ausgerechnet das Eis, das war so klar. Aber dann nehmen wir das hier und machen da oben erstmal ein bisschen sauber. So, dann haben wir hier eine Dreier-Kombo, auch wenn er jetzt schon ein bisschen was verloren hat. Macht nichts. So, dann haben wir nochmal den. Eins, zwei, zack. Ziel erreicht. Wunderbar. Das ist schön. Das freut mich. Wow, echt. Im Gegensatz zur Boutique habe ich das Gefühl, das läuft hier so gut. Gut, ich habe auch die Boutique-Level geschafft. Aber trotzdem haben die mich ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Im Gegensatz dazu ist das hier einfach super entspannt. So, ihr zwei noch. Dann ihr. Ach, wir haben doch gar nicht geschlossen. Ach so, ich dachte, wir haben schon geschlossen. Aber nein, es geht noch ein bisschen. Dann könnten wir sogar das Expertenziel schaffen. Das wäre supi. So, da kommt die nächste. Was möchtest du haben? Entscheide dich. Ihr zwei seid doch jetzt gleich fertig, ne? Dann machen wir erst da sauber. So, und lass mich raten. Du möchtest bestimmt irgendein Eis, ne? Oder ein Brownie? Oder, ja, du möchtest Eis, natürlich. Natürlich. So, dann komm schon. Dann bekommst du das Eis. Alles klar. Grüner Stift. Panda. So, hier oben aufräumen. Dann können wir die hier gleich zusammen kassieren. Hoffentlich. Ich geh schon mal... Emily, geh schon mal hier runter, genau. Ist egal, dass du jetzt einen Stift dabei hast. So, der kommt wieder weg. Windel, bitteschön. Dieses süße Lachen. Echt? Ich find's toll. So, dann schneiden wir uns den Panda. Und dann bekommst du das hier inklusive Herz. Bitteschön. Da räumen wir auf. Und dann kann ich eigentlich schon kassieren, ne? Sie wird noch ein bisschen brauchen, oder? Wow, wir haben das Expertenziel. Was möchtest du? Ich kann's nicht erkennen. Ich glaub, den Saft und den Würfel, ne? So, dann wartest du da aber jetzt noch ein bisschen. Und dann bekommst du den Brownie und den Panda. So, hätten wir das auch geschafft. Schön. Es tut uns so leid. Wir haben total verschlafen. Kein Problem, mit eurer kleinen Tochter als Ablenkung habe ich mich wenigstens nicht mehr so sehr um meinen Mann sorgen müssen. Ich wünschte nur, dass wir dieses Schiff unten umdrehen und ihn holen könnten. Oh, bist du Emily? Wir haben gehört, was passiert ist. Uns würde es nichts ausmachen, zum Strand zurückzufahren. Dann müssten wir nur noch 400 andere Passagiere überzeugen. Ach, toll. Ja, es ist natürlich klar, dass die von der ganzen Sache wissen, dass die den Patrick kennen. Denn dieses berühmte Internetvideo, das ist ja viral gegangen. Das kennt ja jeder. Und deshalb kaufen wir jetzt die Kugelfischfußmatte. Ja, endlich. Was macht die denn? Hält den Boden sauber und sorgt dafür, dass Emily schneller geht. Und glücklicher wird er einige Kinder schmutzige Schuhe haben. Okay, so, spielen wir hier noch das letzte Level. Irgendwas dazugekommen? Sieht gerade nicht so aus, ne? Doch, ein zweites Kind. Wo ist Jeremy? Wo sind Jeremy, Kim und Tim? Weiß jemand, wo sie sind? Sie waren heute bei ihren Eltern. Puh, danke Dirk. Dann können wir ja anfangen. Alles klar. Vielen Dank, Dirk. So, neues Upgrade. Das ist die Mathe. Und wir haben jetzt ein zweites Kind hier. Ja, süß. Finde ich toll. Gucken, ob das hier in Stress ausartet. Also wenn sie jetzt schon mal ein bisschen schneller läuft, dann freut mich das. Da ist auch der Jeremy. Supi. So, dann haben wir einmal das hier. Eins, zwei, drei. Weil, da geht es auch schon los. So, das gebe ich euch. Dir gebe ich den Schnuller. Hier backe ich eben den Brownie. Den Muffin meine ich. Den Cupcake meine ich. Ihr merkt schon, es geht gut los. Jetzt wird es auch hier schwierig, oder was? Das ist ja nicht so nett. So, dann kassieren wir. Roterstift. Dum, 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 dum. Jeremy, sauber machen. Ich habe eine Maus gehört. Ich habe eine Maus gehört. Ich habe eine Maus gehört. Ich weiß nicht, wo. Ich habe ein Mäuschen gehört. Wo war es denn? Irgendwo hier auf der linken Seite, glaube ich. Aber gut. So, erstmal das hier. Genau. Dann eins, zwei, zack. Dann nehmen wir Auto und Milch mit. Dann schnappen wir uns den und den. Bitte schön. Bitte schön. Dann aufräumen. Dann kassieren. So, einmal blauer Stift. Milch. Zweimal Auto. Ich habe eine Maus gesehen. Da ist sie. So, dann hier nochmal eben sauber machen. Da nochmal eben sauber machen. Und wir kassieren. Läuft sie echt schneller? Habe ich gar nicht so das Gefühl. Aber gut. Jeremy, sauber machen. Sehr schön. So, Emily Puppe. Auto. Eins, zwei, drei. Zack. Eins, zwei, zack. Bitte schön. Aufräumen. Ihr zwei setzt euch dahin. Ähm, Emily. Oh, eins, zwei, drei. Boah, das tut mir leid. Das tut mir leid. Da habe ich nicht drauf geachtet. Dann kommt ihr das und das. Ja, wenn man einmal raus ist, dann kann es hier echt gut in Stress ausraten. Dann bekommst du das und das. Ihr bekommt dann Puppe und Würfel. So, dann das hier für dich. Dann erstmal hier kassieren. Das für euch. Bitte schön. So, hier aufräumen. Dann weiß ich jetzt gar nicht. Das kommt erstmal weg, sonst bin ich verwirrt. Dann weiß ich gar nicht, wann ihr hier fertig seid. Ob wir die da jetzt warten lassen können? Jo. So, wir kassieren aber schon mal. Dann haben wir hier wenigstens die Kombo mit den beiden. So, und dann wird hier aufgeräumt. Du möchtest Milch und Saft. Bitte schön. 2200 wieder. Okay. So, ihr zwei Süßen. Setzt euch nochmal dahin. Damit wir gleich auch schön das goldene Herz haben. So, Matrose und Ungeheuer. Und dann einmal das Eis. Das hier. Die Flasche erwärmen. So, dann ist das Eis in der Zwischenzeit fertig. Dann ist auch die Flasche gleich hoffentlich fertig. So, bitte schön. Panda und Auto. So, hier bitte sauber machen. Und hier bitte sauber machen. Wir kassieren hier. Und dann bekommst du das hier und den Ball. So, mit Streuseln. Bitte sehr. So, dann haben wir jetzt das goldene Herz. So, supi. Sehr schön. Und schon 957 Punkte. Okay. So, mehr Jungfrau. Und das hier. Also, wenn wir bei der Hälfte der Zeit ungefähr die Hälfte der Punkte haben, dann ist das schon ganz gut. Weil ich den Anfang echt immer am schwierigsten finde. Ich habe das Gefühl, nachher... Nachher geht es immer. Aber der Anfang, wenn so die ersten 5, 6 Kinder in diesem Fall hier kommen, dann ist da schon ordentlich was los. Möchte der Junge hier denn gar nichts? Haben wir nicht gerade auch dem Mädchen schon die Flasche gegeben? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall bekommt ihr jetzt die Autos. Hier oben wird aufgeräumt. Und dann müsstet ihr doch gleich fertig sein. Oder? Dass wir hier unten eine Kombo haben. Hallo, seid ihr fertig? Oh, Stifte grün, rot, rot, gelb. Bitteschön. Aufräumen. Kassieren. Auf jeden Fall. Ganz schnell. Damit sie nicht noch weitere Herzen verliert. 40. So, aufräumen. Wir warten nochmal eben kurz. Du bekommst den Cupcake. Und den Panda. Oh, das könnte in diesem Falle doch ein bisschen knapp werden. Oder? Oder meine ich das nur? Ach, jetzt möchte er aber mal was. Das ist süß. So, Milch ist fertig. Bitteschön. Dann können wir hier kassieren. 1.400. Ja, gut. Vielleicht wird es doch nicht so knapp. Und eventuell sollte ich mal zwischendurch einfach mal, just for fun, einen Lutscher nehmen. Was möchtet ihr? Emily-Puppe. So, dann bitteschön. Alles so voll im Emily-Stil. Die Puppe. Dann hier auf der Titanic. Das wunderschöne Gemälde. So, Blau und Streusel, bitteschön. Ich warte noch kurz, denn die müssten eigentlich jetzt fertig sein. Na, kommt schon. Jo, ihr seid fertig. So, dann kassieren wir hier. Das hier für euch. Dann haben wir nochmal die Windel für dich. Ich hau mir jetzt einfach den Lutscher rein. Ich meine, warum nicht, ne? So, dann einen Schnuller. Dann bekommst du das hier mit Herz. Bitteschön. Ich bringe aber eben erstmal kurz den Schnuller weg. So, seid ihr jetzt fertig hier vorne? Sonst wird es doch noch knapp. Wenn ihr jetzt nicht mal langsam fertig seid, dann wird es doch ganz schön knapp. So, kassieren. 1.700, okay. Und zweimal das gelbe Auto. So, da muss ich aber jetzt kassieren. Wie süß sie auch da strampelt, ne? Und er sitzt da einfach nur so und guckt. So, einmal das Fischeis und ein gelbes Auto. Eis ist fertig, bitte sehr. Oh, jetzt muss ich auch alleine kassieren. Mist. Doof. Ich nehme doch mal eben gleich einen Lutscher, wenn die hier soweit sind und sich entschieden haben. So. Das war blöd. Ein, zwei, zack. Das war echt ein bisschen blöd. So, jetzt aber den Lutscher und die Windel. Dann die Puppe und den Ball. Okay. Ja, das war jetzt gerade echt doof. Ich kann ja da nicht draufklicken, wenn die gerade hier ihre wunderbare Sprechblase haben. Das geht ja leider nicht. So, 1.900, ihr seid fertig. Wir warten eben noch auf dich hier unten. Lass mich raten, du möchtest... Ja, ich wusste es. Irgendwas, was im Moment dauert. Das war so klar. Das war so klar. So, bitteschön. Ach, Mist. Hätte ich mal kurz gewartet. Hätte ich... Oh, ich kann jetzt aber nicht... Ne. Ich kann ja jetzt nicht warten. So, blauer Stift, Emily-Puppe. 1, 2, 3. Zack. 1, 2, 3. Zack. So, komm. Jetzt muss aber nochmal eine Combo gleich irgendwo drin sein, ne? Ich nehme schon mal das hier. So, 1, 2, 3. Zack. 1, 2, 3. Zack. Und Milch. Bitteschön. Okay. Wie viel haben wir? 2022. Okay, okay. Schaffen wir. Kein Problem. So, dann haben wir einmal das Eis. Zweimal die Milch. 1, 2, das hier. Und unser liebes Baby möchte auch wieder was. Die Flasche. Dann bringen wir das erstmal weg. Räumen da auf. So, Flasche. Flasche, Flasche. Bitteschön. Das hätte ich jetzt vermutlich auch ein bisschen logischer hier machen können. Du machst jetzt den Cupcake da rein. Alles klar. Und sie wartet da schon ziemlich lange, ne? So, das war für dich. Ich kassiere jetzt aber schon mal. So, dann machen wir erstmal das hier. Holen uns das. Hier wird aufgeräumt. Und da kommt das drauf und das hier. Bitteschön. Du bekommst den Panda. Bitte sehr. Schaffen wir sogar... Wow. Wow. Cool. Freut mich. Oh, oh. Jeremy, was machst du da? Nicht wütend werden. Wir sind zu allen Passagieren auf dem Schiff gegangen und haben ihnen gesagt, dass wir zum Strand zurückfahren müssen, um Patrick zu holen. Sie haben alle Ja gesagt. Und warum ist Jimmy gefesselt? Er hat Nein gesagt. Ihr seid alle so süß. Aber wir sollten doch besser den Kapitän losbinden. Auf hoher See nennt man das Meuterei. Ich habe meine Meinung geändert. Danke, Jimmy. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Gehen wir aufs Pooldeck, damit wir nach dem Strand Ausschau halten können. Yay. Yay. Pooldeck. Zurück zu Patrick. Super. Muss das ganze Schiff jetzt umdrehen, nur weil der Depp sich da den Kopf gestoßen hat. Okay, okay. So, Episode 11 machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.